Die Inter-Airport Europe 2015 greift die aktuellen Trends der Branche auf, auch bei Sicherheitstechnologien und IT-Angeboten. Gerade im Bereich Security sind die Anforderungen in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Die Inter-Airport zeigt Lösungen, Beispiel Grenzkontrolle. Unser Produkt Facebacks Entry ist für den Grenzkontrollbereich gedacht. Es lässt sich in E-Gates an Flughäfen integrieren und es gibt eine mobile Einheit, die ein Live-Bild von dem Reisenden aufnimmt. Unsere Software gleicht dann dieses Bild gegen das Bild in Pass ab und sagt dem Reisenden, ob er eintreten kann oder nicht, also ob die Identität bestätigt werden kann oder nicht. Um den Flugbetrieb optimal zu koordinieren und die Mitarbeiter in Echtzeit mit Informationen zu versorgen, ist eine Vernetzung unumgänglich. Eine Software muss dafür sorgen, dass alle Daten zusammengeführt werden. Informationen kommen aus Informationstöpfen in unser System rein, werden auf der anderen Seite natürlich wieder unterschiedlichsten Parteien am Flughafen zur Verfügung gestellt. Ob jetzt mobil, auf dem Vorfeld, ob jetzt auf einer Fluggastinformation oder eben auch direkt über das Internet für den Endkunden. Softwarelösungen unterstützen das Flughafenpersonal, vom Bodenverkehrsdienst bis zum Terminalbetrieb. Die neuesten Trends zeigt die Branchenleitmesse Inter-Airport Europe. Dieントrägiten werden, auf der anderen Seite natürlich auf den Weg zur Verfügung gestellt. Und die die politik und die Erachter dieser Gewerke, die mit den Zugang anwaltt, bis zum Terminalbetrieb. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir einen weitereneren Trends anwaltt, bis zum Terminalbetrieb.